Herzlich Willkommen back bei Mittelerde Morda Schatten. Wir sind da. Wir sind wieder back. Ich probiere mal das da. Wenn ich schon da bin, why not, ladies and gentlemen, why not? So, jetzt müssen wir mal kurz hier und so weiter, so, begutachten, die Lage abchecken. Schau mal. Einfach links rum, fertig. Alles klar, Kanälechen? Da drüben ist das. Mach mal. Ne den. Drecksviechter, ich hasse diese Viecher. Geht mir nicht am Sack, Jungs. Äh, ich will ja nur das Ding da haben. Holen wir uns das, Leute. So, haben wir das. Eine Geschichte wieder dazu. Es gibt keine Zwerge in Mordor. Auf den ersten Blick scheint das Land passend für sie. Viel Stein zum Bearbeiten und Erzadern zum Abbau. Dieser Schild gehörte einem Zwerg aus einem anderen Zeitalter, der nach Mordor kam, allerdings weder als Handwerker noch als Bergarbeiter. Nun, da Minas Ithil die Orks nicht mehr in Mordor halten kann, werden die Zwerge wieder Hammer und Meißel niederlegen und ihre Schilde aufnehmen müssen. Alles klar, es herrscht Krieg so oft, ja. Aber das ist schon klar. Zauron geht uns ja allen am Sack, sozusagen. So. Hm, ja, ich würde sagen, why not. Mach mal einen von den Hauptmännern. Aber da muss ich vorher schauen, ob das... Warte mal. Oder wisst ihr was, wir helfen mal denen da, dass wir die Spione kriegen, ne. Das werden wir machen. Brauchen die Spione da, dann gehen sie nämlich locker zackig mit den Hauptmännern. Aber wo sind die Zwerge? Zweifelsfrei tief unter der Erde. Schätzehauten. So, Informant. So, wie viel haben wir denn da noch? Zwei. Also noch einen Informanten brauche ich und dann passt das. Fing zu hart, nein! Ja, ja, Junge. Steht, reichen in mir vom Leib! Ich hab's stehen oder ich knall die ab, Junge. So dann! Set mal! Dann haben wir alle. Jetzt müssen wir schauen. Ja, wir müssen da bissl, äh... Oh, oh, oh! Der schaut hardcore aus. den würde ich gerne in meiner Armee haben kann durch Schleichangriffe sofort getötet werden ja ich will ihn eigentlich nicht töten ich will ihn einnehmen man nimmt keine Gegner ein man rekrutiert sie Leute ach herrlich ein kleiner Fehler der sich lustig anhört so hätten wir das jetzt markieren wir was wir machen ja haben wir schon so da geht es lang da da hat das gar nicht gecheckt fernig cool you work for me baby you tiny bastard so mit denen müssen wir nicht rummeinen jetzt gehen wir mal nach oben so es läuft Leute der Rubel rollt hier so wir müssen mhm ok also von Caragor müssen da rüber und hier nehmen wir die Mission an ladies and gentlemen wenn wir da locker schaffen unser Mann wird es schaffen sagen wir so sehe ich jetzt kein Problem unser Mann ist der volle Burner füttert die Caragor aber bloß nicht zu viel ein hungriger Caragor kämpft besser als ein satter aber ein verhungernder wendet sich gegen euch los geht's Jungs wir töten diese hässlichen Bestien und vielleicht auch ein paar Caragor und vielleicht auch ein paar Caragor so können wir dann auch mal gar nicht helfen aber können wir ja mal machen so das hat nicht hin Dicke, gib mal im Sack. Oh, da hat es gebumst in der Hütte. Müssen wir uns dann schnell helfen. Oh da, der braucht dringend Hilfe. Gut, dass wir da eingeschritten sind. Das hat er alleine wahrscheinlich nicht geschafft. Das ist ein bisschen ungut, ja. Der hilft zu mir, aber was mich wundert ist, der haut mir rein die ganze Zeit in die Fresse. Gebt mit dem ab. Der soll für mich aber hätten so einen Dödel. Rekrutieren wir den. Alles klar, Junge. Hast du brav gemacht. So. Auftrag abgeschlossen. Hau mal schnell ab. Suchen wir uns das nächste Ziel. Wir werden die jetzt alle ein bisschen so rekrutieren hier. Geh da hinten. Ähm. Wo ist das geradeaus? Da oben. Alles klar. Bisschen da oben. Bisschen da oben. Hallo. Surprise, motherfucker. So. Schauen wir mal. Oh, den helfen wir auch. Na, so der Ausbilder. Seine Ausbildung ist jetzt vorbei. Sorgt für scharfe Waffen und fallt auf keine Tricks herein. Wir können sie überraschen. Zum Angriff bereit machen. Schon gut, schon gut, schon gut. Hab viel Zeit damit verbracht, dich zu suchen. Dann mischt sie nur einer ein. Also lass dich doch einfach ohne viel Gehabe umbringen. So, dann werden wir euch mal Gas geben. So. Oh, ich seh gar nix. Halleluja. Ich seh überhaupt nix, ey. Das ist nicht gut, ich seh nix. Hey, hey, hey. Beherrschung. Ein Idiot bist du, Junge. So, der eine ist weg. Jetzt noch der andere. Oh, was ist hier? Ach so, wir haben's. Das war der Richtige, okay. Die Zeitlupe grad. Das läuft, Leute, das läuft. Hey, 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 hey. Beherrschung. Oh. Hallo, der geht ab, ey. Feuerfest ist er, okay. Das merke ich schon, ja. Den wärmer. Kann man anlageln? Nö. So geht's aber. Ah, das ist unserer. Scheiße. Entschuldigung. Jetzt muss man schnell schauen, was mit dem abgeht hier. Der ist extrem. Fernkampfangriffe mag er nicht. Das hab ich aber nix gemacht. Ah, lass uns in den Rudus zaubern. Oh, lalalala. Gangbang mit ihm. Hinrichtung, Hinrichtung. Das mag er nicht. Das hilft. Jawohl, wir haben ihn. Eigentlich hätte ich ihn gerne rekrutiert, aber egal. Der ist weg. Das würde ich zu gern noch einmal sehen. Der war nicht ohne, ne? So. Hat sich das, liebe Leute. Da haben wir einen. Den nehmen wir auch, der mit, nur. Der ist... Die Frage, wo der ist. Ah, da. Fubar. Fubar. Ah, dann geben wir mal Gas, den Fubar. Den Fubar, Hubar, Bubar. Du hast dir das selbst eingebrockt. Ist das wieder sauer, oder was? Ist das meine Schuld? Das ist... Das ist... Ey. So. ja noch einer alles klar ja du kriegst du auch aufs maul über den börsen ja gut dann sagen wir dafür dass man den anderen kriegen wir uns jetzt helfen und der andere wenn wir mal besiegen hoffentlich ehrlich ist er ja das muss ich sagen ich brauche hier meine verstärkung mein bodyguard gefährlich gefährlich der typ so wir haben ihn aber sehr schön er wurde gefistet von unserem bodyguard läuft was mir immer leben geben dankeschön grafweißer so kann man da noch mal einen informanten brauchen können ja einen noch mhm der kriegt huller aufs maul oh wen haben wir denn da kommst du drüber noch zu der wichtig schwertmeister alles klar das maul gerade haben aber mein bodyguard macht es schon nächste na komm halt ja tja jetzt bin ich doch hier ok mit dem müssen wir ach scheiße ich hab keine dinge mehr das wird krass werden mein bodyguard macht den anderen gott sei dank oh da hält gut was aus leute und er hat gift da dürfen wir sie nicht treffen lassen sonst haben wir ein problem so jetzt lassen wir den kurz da den können wir einnehmen dass er für mich kämpft oder nett töten wir ihn ist auch egal der will nicht eingenommen warum soll ich immer einnehmen ich meinte natürlich äh rekrutieren das klappt nicht mehr jetzt mag er nimmer oh 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 de gott kannst mitmachen oh hilfst du mir ein bisschen sehr nice hallo komm da ist er andere seite dreh dich um ja genau da jawohl alter der drückte meine rein finde ich cool aua nee das gefällt mir nicht aua au der verkifftet uns das ist ungut geht leider nicht muss ich meinen bodyguard ein bisschen machen lassen der ist mir ungut der wichser so den kriegen wir der wäre gut zum rekrutieren der ist nicht schlecht jawohl leute haut hin haben wir jetzt den hauptmann sogar geschafft ey was denn was macht der depp da ein bisschen doof mein bodyguard lustiger so jetzt muss man mal schauen in die armee ich habe nicht so das gefühl ich habe den hauptmann gerade besiegt unabsichtlich läuft natürlich so armee ja ja wir haben den hauptmann besiegt coole sache wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017